Hallo Nation, ein großartiger Verteidiger kommt zum BVB, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind, zurück zum Thema. Im aktuellen Transfersommer hat sich Borussia Dortmund bislang in Maßen gehalten. Mit Remy Benzebeini, Felixen Mecher und Marcel Sabitzer reagierten. Die Westfalen auf die Abgänge von Raphael Guerrero und Jude Bellingham. Ansonsten scheint aber die Mannschaft aus der siegreichen Rückrunde der Vorsaison verlässlich zu sein, allerdings, der BVB möchte seine Innenverteidigung ausbauen. Sky stellt eine mögliche Alternative vor, Uma Solit von RB Salzburg, laut Plettenberg dürfte es in der Bundesliga und Premier League einen großen Markt für den 23-jährigen Franzosen geben. Der 1,92 Meter große Innenverteidiger hat bei den Österreichern einen Vertrag bis 2025, allerdings wäre Solit nicht billig. Denn Salzburg will unbedingt seinen rechten Fuß behalten. Als Ablösesumme könnten laut Sky 15 bis 20 Millionen Euro fällig werden. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.